Hallo du, schön dass du zu mir gefunden hast. Wenn dir mein Kanal oder meine Videos gefallen, drücke doch bitte den Abonniert-Knopf, den Like-Button und die Benachrichtigungs-Glocke, um über neueste Videos von mir informiert zu werden. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo. Boah, guck mal, das Ding vor der Tür ist gewachsen. Boah, das ist natürlich... Jetzt habe ich den Plan durchschaut. Deswegen hast du immer einen Baum in den anderen Baum gestapelt. Okay, guck mal, ich guck mal, was der Clay macht, der Ziegel. Vier, fünf... Okay, ein bisschen haben wir schon. Ach, du sammelst das auch raus, wa? Ja, warte, ich kann dir zuwerfen. Na, dann darf mal. Boah, 44, Alter. Hier sollte auf jeden Fall schon mal... Oh ja, wir kriegen schon mal Öff... Ziegelsteine. Schon mal sehr gut. Äh, soll ich die erstmal aufheben oder bauen wir hier gleich irgendwo ein Haus hin? So, wollen wir hier bleiben oder wollen wir uns noch... Ja, wir können langsam mal einen guten Spot suchen, oder? So, also von mir aus können wir hier endlich bleiben. Ich finde es ganz gemütlich. Wir haben hier einen Haufen Bäume, wir haben hier Wasser. Ich kann ja nochmal ein bisschen rumlaufen und gucken. Ich lasse mal das Ziegel hier. Wenn nein, wenn ich hier in der Nähe würde ich schonen bleiben wollen, ja. Ich mache mal nochmal eine Extra-Tour für... Bisschen spezielles Baumaterial, sage ich jetzt mal. Ja. Okay, dann... Huch, erstmal Fackel wieder aus dem Dings. Ach ja, mein... Den Lehm mache ich auch mal hier rein. Wir müssen für Essen sorgen. Äh, ich habe noch vier so eine... Fleischlinger. Ach so, okay. Ja, okay. Ein paar habe ich auch noch. Aber jetzt, wo du sagst, äh, ja. Wäre schon ganz gut. Ich werde mal das Feld noch ein bisschen größer machen. Dann bastel ich mal noch schnell einen Extra-Ofen für Essen. Jetzt haben wir fünf Öfen hier rumliegen. Aber naja, wer hat da... Können wir dann auch mal demnächst gucken, ob wir ein Dorf in der Nähe haben. Oder irgendwas... Irgendwas cooles. Hat das schon gebraten. Gut, besser ist. Ähm, das können wir allerdings, mein Freund. Ich gucke mal... Komm, wir laufen jetzt mal einfach hier irgendwo hin. Und gucken mal, ob hier irgendwo ein guter... Aber lass mal am Wasser bleiben, ne. Am Wasser finde ich entspannt. Das ist... Ja. Hat nur einen Nutzen. Guck mal, hier sind... Äh, hier. Äh, ja. Ne. Hier ist ein weitgehender Begriff. Äh... Also ich... Ja, ich sehe deinen Namen. Jo, geh mal gerade aus. Ja. Genau, hier. Ah, ja. Okay. Lass mal hier am Fluss ein bisschen lang gehen unten. Ja. Hier ist Sand. Oh, ich habe Lava gehört. Irgendwo auch da hier unten lockert es. Ja, ich möchte ein bisschen Lava sehen. Den könnte man später auch noch nutzen für Obsidian. Ja. Guck mal, hier haben wir schon eigentlich einen hübschen Spot. Ein bisschen Wasser. Guck mal, hier könnte man doch eigentlich bleiben, oder? Dann fällen wir hier die komischen Bäumchen weg. Ja. Und dann baue ich hier dann ein Siegelhaus hin. Oder wir. Je nachdem. Wir können ja auch so ein Doppelhaushälften-Ding machen. So eine Hälfte aus Holz und die andere so aus Siegel. Stimmt. Aber lass mal den großen... Lass mal die großen Bäume immer stehen. Nur die ganzen kleinen Pistdinger abbauen. Die großen finde ich immer cool. Die könnte man zum Beispiel mit einbeziehen in das Haus. Ah, stimmt. Könnte man machen, ja. Ja, hier ist ein guter Spot. Hier bleiben wir dann. Ja. Da holen wir dann unseren ganzen Schnulli hier nach drüben. Und dann... Können wir hier was aufbauen. Irgendwas geiles. Also ich muss schon fast sagen, die Karte ist sogar schon fast noch geiler wie die Let's Play Map. Wenn ich da dran denke, dass ich da am Anfang übelste Schwierigkeiten hatte, eine ordentliche Ecke zum Bauen zu finden. Und ewig rumgeflogen bin, bis ich mal einen guten Spot hatte und ein Dorf. Ja, gut. So, was macht der Clay? Achso. 20... Hast du eine Droh? Ich habe ihnen die zugeworfen. Achso. Ach ja, ich sehe schon. Ach, die sind hier noch. Oha. Ja, da ist noch richtig viel Zeugs drin. Also wir können jetzt auf jeden Fall schon mal... Wir hätten schon fast 4x32 bekommen können. Werfen wir mal schnell ein Clay zu. Also nur einen, so ein Ziegel. Kann ich noch einen Block machen. Ah, da wirst du wahrscheinlich nicht rankommen. Ne, die liegen zu weit weg. Die schnappt er sich nicht. Ja. Gut. Okay. Jetzt haben wir nochmal 24 Blöcke. Jetzt haben wir schon mal 35. Das ist... Das ist schon mal sehr gut. Wofenholz haben wir jetzt auch. Naja, ich glaube, Ziegel kann man nicht färben. Äh, Woller kannst du färben und, äh... Und Fenster und irgendwelche andere Zelt noch. Aber Ziegel bleibt, glaube ich, immer rot. Bedingt durch den Ton. Ja. Oder Lehm. Oh, ich finde die Map echt geil, so. Ja. Kann man nicht meckern. Was ist da hinten los? Pils und ein Lavateich. Auf ein Lava ist hier erst mal mal aufgefallen. Oh, okay. Oh, okay. Ich habe gerade eine Spinne gehört. Mit Monster doch an. Glaub nicht. Oder? Äh, ich höre hier eine Spinne. Ich habe Mobs doch eigentlich aus. Von links, von hier hinten kommt das irgendwie. Ja, es wird immer lauter. Rudel mich mal kurz hier durch. Das ist, wenn man im, 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 auf dem Sand springt, dann hört sich das so an. Nee, nee, das ist, das ist wirklich hier. Okay. Oh, hier unten ist ein Spawner, dicker. Ein Mobspawner. Ah, lol. Komm mal her hier, wo ich bin. Hast du gute Ohren. Komm mal her hier. Ja, ja, ich bin unterwegs. Das liegt, nee, es liegt am Headset. Ich habe so ein 7.1 Headset. Da höre ich die Viech aus allen Ecken. Ah, wo bist du? Da heißt die denn da. Aber die kommt nicht zu uns, weil ich Fuchs bin. Ja, ja, ich habe nämlich noch keine Waffen. Und du höchst wahrscheinlich auch nicht. Nee. Nee, das war ja dumm. Ja, das war dumm. Das ist nicht gut, wenn der Spawner da ist. Okay, aber die, die kommen nicht bei dir ran. Okay, ich hole die Spinnen. Farmst du die Truhen? Ah, nein, 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 nein. Mach ihn nicht tot. Mach ihn nicht tot. Mach ihn nicht tot. Ah. Mach mein Herz noch. Nein. Ah, Pepe. Ach, schon. Oh Gott, wo war denn das jetzt? Ähm. Ähm, warte, wenn ich gerade, wenn ich kurz Zeit habe, AP ich dich. Ich bin gerade im harten Kampf verwickelt. Warte, wie war das? Warte, wie war das? Slash, TP. Warte, ich bin gleich da. Guten Tag. Ich war zwei Blöcke über dir. Achso, okay. Boah, hier sind Haufen Schnulli in den Truhen. Wir lassen den, oder? Ne, wir lassen den, das ist geil. Hier kann man später dann ein Monster voller machen. Ach, Eisen, nice. Wir lassen... Oh, das war knapp. Ich weiß zwar nicht, was für eine verkackt große Hülle das hier sein soll. Aber da unten ist ein Haufen Eisen. Aber eigentlich habe ich Monster aus, aber wahrscheinlich gilt das nicht für Monster-Spawner. Hm, ja. Das glaube ich auch. Aber guck mal, wir waren eine ganze Nacht draußen und da war nicht ein Creeper oder Sonstiges. Ja. Ja, das ist geil. Übrigens spawnt jetzt keine einzige Spinne mehr. Seitdem wir hier gecrasht haben, die Party. Ach. Das ist ja geil. Au. Ein Spinnenauge liegt auch noch rum. Ein Haufen Eisen ist hier, Alter. Ach, ich baue gerade ein bisschen Kohle ab. Ja, Kohle können wir auch noch gut gebrauchen dann. Okay, dann ist heute nichts weiter. Ich baue mal hier das bisschen Eisen ab, was ich zumindest schaffe abzubauen mit meiner komischen Play-Doh-Spitzhacke. Auch noch Eisen gefunden. Was ist gut? Okay, Fackel, komm her. Uh, weiß ich gar nichts mehr. Okay. Ey, geil, dass wir so früh schon eine Mopspawner finden. Ich dachte mir nur, hä, wo kommen denn die komischen Spinnengeräusche her? Ich hab doch Monster aus. Schwupp. Pawner. Okay, hier ist alles geflutet. Kommst her doch da. Okay. Okay. Wir befinden uns hier auch direkt unter dem See. Ja, okay, hast du auch wieder recht, ja. Ja, stimmt. Oh, wir dürfen uns nicht nach oben bauen. Ah, hier bist du. Ja, ich baue hier schön fleißig Eisen ab. Mit, mit den restlichen Spitzhacken und Dings, was ich hier noch hab. Ist auch noch Eisen. Hier ist auch noch alles geflutet irgendwie. Ach nee, da müssen wir ja wieder hoch. Guck mal, hier ist überall noch Eisen. Obwohl, wir gehen bei Mopspawner hoch, glaube ich. Ja. Aber das Eisen können wir noch eigentlich mitnehmen, oder? Jo. Ich hab jetzt hier gerade die Wasserzufuhr gekappt. Okay. Hoffe ich, ja. Wasser sinkt. Oh, ich glaub's wird Nacht. Mein, mein Minecraft-Sound verriet mir, es ist duster draußen. Okay, dann nehmen wir mal das Eisen da mit. Achso, hast du schon mitgenommen? Nee, hast du noch nicht. Habe ich schon hier. Habe ich noch nicht? Nee, hier ist noch was hinter. Hier sind voll die Höhenforscher, wa? Ja. Krass. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hoch, würde ich sagen. So, hier ist nichts weiter. Oh. Dann gucken wir mal. Wie wollen wir hier wieder rauskommen? Ach, da oben ist der Mopspawner. Ja, genau. Wie wollen wir uns genau hier hoch? Das ist natürlich gut. Hier kommen wir raus. Ja, draußen ist duster, wa? Ja, ich glaub schon. Das ist Zeitlupengelaufe, ey. Bauen wir mal hier lieber nach links ab. Oder? Ach nee, da ist gar kein Wasser. Ach scheiße, doch, da ist Wasser. Mist. Warte, lass mal hier so eine kleine Sperre bauen, dass hier kein Wasser mehr durchkommt. Ja. Ich nehm mich voll auf den Keks. Ach, jetzt komm ich hier nicht hoch. Ach, endlich. Oh, so viel Material hier. Oh, kein Dreck. Toll. Aber du hast bestimmt einen Haufen Dreck da, wa? Nee, aber Steine hab ich da, die ich benutzen könnte. Die du benutzen könntest. Na super. Ja, das stimmt. Hast du recht, ja. Okay, das ist schon mal so ganz okay, was wir hier machen. Nur müssen wir hier die richtige Wasserzufuhr kappen. Ach ja, das stimmt. So, jetzt sollte das Wasser... Ja. Eigentlich aufhören zu fließen, tut's aber nicht, weil's ist Minecraft-Logik. Jetzt hört's auf. Dann können wir's gleich ganz zu machen. Ja, ich mach das Loch jetzt zu und dann ist gut. Ja. Aber wir lassen uns hier den kleinen Eingang, dass wir reinkommen. So, dann wissen wir Bescheid, hier ist es Ort. Falls wir hier mal wieder hin müssen. Aus welchen... Brinnen auch immer. So, dann bringe ich erst mal das Material in unsere Buchte. Oh, ich hab zwei goldene Äpfel. Ja, die hab ich vorhin aus den Truhen gelootet. Ach so. Gut. Dann hab ich sie doch nicht. Nee, die werden wir später brauchen, wenn wir irgendwas bekämpfen wollen. War hier nicht eigentlich unser Bauplatz irgendwo? Nee, hier. Ach, guck mal, wir sind jetzt hier, äh... Hier am Spawn sind wir. Guck mal, man muss hier nur einmal um den Hügel laufen. Oh, krass, wa? So, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir sind eigentlich nur einmal im Kreis gelaufen, obwohl wir irgendwo da hinten waren. Ach so, stimmt, ich brauch hier gar nicht ausweichen. Naja, egal. Oh, aber jetzt haben wir gleich... Warte, 61 Ziegel. Nochmal 61 Ziegel. Nochmal 61 Ziegel. Und... 62 Ziegel. Du hast noch einmal 60 vergessen. Boah, nochmal, Alter. Okay, dann mach ich uns mal hier ein paar Ziegelchen. Ja. Also wir haben schon mal ein... Also wir haben schon 64 Ziegelsteine, definitiv. Und jetzt kommen hier nochmal ein paar dazu. Wir haben jetzt 84 Ziegelsteine. Ach, nice. Aber das wird wahrscheinlich immer noch nicht für ein ganzes Haus reichen. Ne, also wir haben jetzt insgesamt 119 von... Guck mal, wir hatten 640, knapp 700 Lebendinger. Und das ist eigentlich ja nüchtern, was wir da jetzt rausbekommen haben. Ja. Leider. Ja, was für entspannt hier unsere kleine Höhlenbucht, da muss ich mal so sagen. Ja. Also... Muss ich auch sagen. Ist ein... Haben wir wirklich schick hergerichtet? Zwar billig, aber schick, ey. Ja, ausreichend. Boah, guck mal, vor allem ist hier. Hier könnten wir zum Beispiel... Ja, hier muss ich gerade um... Wir können das Ding eigentlich voll ausbauen erstmal, bis wir alles zusammen haben für... Das stimmt. ...die anderen Pläne. Ja. So, dann schmeiße ich jetzt erstmal noch nebenbei... Achso, ach, du brennst jetzt in allen Öfen. Okay, gut. Dann... Wolltest du, was wolltest du denn? Ne, alles in Ordnung. Ich wollte noch ein bisschen Fleisch burnen. Vielleicht ist das Essen schon fertig. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal als nächstes. Und den mehr für Essen sorgen. Ja, alles gut. Und die sind noch 26 Ziegel. Äh, ich mache mal hier so ein bisschen Nahrungsscheiße rein, so. Ja. Und ein bisschen Krimskrams. Boah, ich brauche was zu essen. Ach, hier, guck mal, ich habe hier noch deinen ganzen Spitzhacken und so. Deine Steinachs, deine Steinhacke, dein Dingsbums. Schaufel hatte ich mir gemacht, deine Spitzhacke. Tja, Dornon, hast du zwei Eisenschaufel? Ja, hier, 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 hier. Ne, ja, stimmt, sorry. Ich habe mich gerade gewundert. Hä? Und dann ist hier noch ein Zaun. Ich habe mir auch eine gemacht. Ja, und die noch was hat. Ich glaube, ich... Ne, warte mal, das Birkenholz ist noch da jetzt. Ja, ich habe noch ein paar Stücken Fleisch da. Ich glaube, ich hatte noch Lammfleisch oder sowas da. Ja. Aber wenn... Äh, Goldäpfel. Ah, die bringen nicht so viel Nahrung. Na, warte, da. Ach, nicht schlafen. Monster. Ah ja, da, danke schön. Monster bringt uns, glaube ich, nicht viel, wenn die aus sind. Aber wenn du magst, kann ich sie anschalten. Ich meine, ich meine, äh, Tiere. Bisschen essen. Wenn du magst, kann ich die Monster anschalten. Der Server hat jetzt eigentlich nicht weitergeleckt, oder? Ne. Dann könnte ich sie eigentlich... Dann mache ich sie an der nächsten Folge, um die an. Die nächste Folge ist eh gleich rum, also... Von daher. Okay. Hier ist noch eine super sexy Holzspitzhacke. Ich glaube, die werde ich jetzt erstmal aufrauchen. Hier unten. Oder hier oben. Je nachdem. Mache ich die mal noch schnell kaputt. Man kann, dass das Schöne an so einer Berghöhle oder an so einem Berghaus ist, man hat hier unendlich Platz irgendwie. Ja, ja, das stimmt. Man kann das Ding voll ausbauen. Gelegentlich braucht man ja mal so viel Platz, also für uns zwei ist es eigentlich jetzt schon fast zu viel, aber... Ich meine, guck mal, wir spielen jetzt eine Stunde. Ich habe ein Hühnchen hier. Warte, das muss hier bleiben. Oh, süß. Wow. Mach mal ein... Tor, Tor, Tor. Wie mache ich denn das? Ich glaube... Du brauchst vier Hölzer. Ja, aber mir fehlt ein Holz. Kannst du mir ein Holzding zuschmeißen? Ein Holzblock? Ja, warte. Oder zwei, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob die gleichfarbig sein müssen. Oh, okay, dann übertreib. Okay, warte, dann... Mach ich da... Tor hin. Hat man auch nicht oft, alle Tage. Hui. Warte, mach hier vorne noch so ein bisschen Drecksblock hin. Ja, warte. Achso, gut. Ah, falscher Block. Okay, Eisenbauen sind auch fertig. Kommen die nächsten 23. Oh, ein Stein brennt da auch. Wofür brennt es denn den Stein? Weiß nicht, damit wir Cleanstone haben. Ja, okay. Ich packe den auch mal hier in die Materialküste. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein Stack mit... ...Dings. Äh... ...Ziegel. Ach, der Name. Ach. Oh, schon wieder 16 Blöcke dazu bekommen. Also wir haben schon mal zwei Stacks Ziegelsteine und sieben. Nice. So langsam wird's doch. 134 haben wir jetzt auch. Könnte zumindest schon mal reichen für die Mauern. Denke ich mal. Und die Mauern, da brauchen wir ja eigentlich nicht so viel. Ja. Ähm... Wo sind das Hühnchen? Das ist hier hinten. Achso, okay. Gut. Guten Tag. Unser kleines Haus-Hühnchen ist es. Das ist unser Haustier. Genau. Ja, das ist ne gute Idee. Muss ich aufpassen, dass ich sie nicht aussehen schlage. Dann ist er sofort tot. Hühnchen, denk daran, nicht in meine Spitzhacke laufen. Das ist ja cool, dass wir jetzt ein kleines Haus-Hühnchen haben. Ja. Boah, weißt du? Weißt du, was man hier machen könnte, hier hinten? So einen kleinen Stall für das Vieh. Stimmt. Und dann kann man die hier drinnen züchten. Ja. Dann hat man immer Eier. Und dann könnte man zum Beispiel aus Wasser... Oder die Viecher einsperren. Und kann dann mit Wasser so einen kleinen Kanal nach vorne machen, dass die Eier die ganze Zeit nach vorne gespült werden. Ja. Wie so eine Eifarmmaschine, so ungefähr. Ja, stimmt. Das könnte man machen. Den Boden halten. So. Dann mach ich jetzt erstmal wieder einen Cut. Wir haben jetzt nämlich schon wieder die 20-Minuten-Marke gechnackt. Schon vor drei Minuten. So, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Wiederschauen auf Engerhauen. Tschüss. 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 Tschüss.